Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, TTT auf dem MacBook, mit mir spielte Reaper. Nein. Dinamo. Nein. Da? Nein. Nein. Der Hexe? Nein. 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 Herzlich willkommen zu Singleplayer. Let's play Gaby's Mod. Der Hexe? Nein. 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 Ich bin dir Ewigkeiten auf Dank verpflichtet, du hast mir eine P7 dahin geworfen. Ja. Danke. Das ist... Das ist auf jeden Fall... Habe ich keinen Button für. Ja, ne? Stimme ich dir zu, Cyber? Ja, ne? Aber ich finde eine... Das ist der neue Remix. Cyber. Cyber. Ja, ja. Genau so ist ja Dubstep entstanden. Ah. Jetzt haben wir's auch. Äh... Echse? Du wirst irgendwo explodiert an der Malamine, oder? User in your channel timed out. Okay, damit ist er weg. Oh, äh... Na gut, könnte auch am 500er Ping im Spiel liegen. Oh. Ich weiß ja nicht. Oh, hi, na wo? Hi! Ah! Echse! Echse? Was? Danke. Die hat mich gerade aus der Tür entfernt. Ach toll, wie komm ich denn jetzt... Äh... Äh... Ist der jetzt weg? Ne. Wie kommt er denn da hoch? Wir gewinnen... Da war ein Weg nach oben, ums zu sagen. Er steht da oben in der Hütte am Hang. Ach ja, der kann sich ja nicht mehr bewegen, denke ich mal. Ne, ne, der ist ausgezackt. Ich renne schon. Jetzt ist die Frage, was passiert schneller? Dass er rausfliegt, oder dass... Ich will da hoch, ich will da hoch. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, das stimmt. Wie denn dann? Hm, Instant Kill? Neee. Aber es würde verlocken. Reepa, möchtest du ein neues Rückentattoo? Äh, nö. Schade. User entered your channel. Aber echt, ich rufe ganz schnell, Reaper is it, und es sagt keiner was dazu kommt. Ich sage mal, das ist auch die Zeit. Vor allen Dingen, ich musste mich irgendwie retten, hab mich doch umgelettet schnell weg. Du hast zum Glück, dass ich gestorben bin, weil du hast die Plasma geworfen, die ist auf den Boden gelandet, und ich bin runtergesprungen, mitten in die Plasma rein, und deswegen hat die mich umgebracht. Ah, das war's okay. Ich bin mit den Füßen in ein Plasma gelandet. Ich wollte die ganze Runde lang gestorben. Und ich hab die schnell geworfen, hab ich gedacht, Axel schießt auf mich. Ach du... Äh, nein, das war meine Plasma. Ich glaube, Cyber redet mit uns. Nein, ich hatte eine geworfen. Du hast vielleicht auch eine geworfen. Ja. Okay, ja, gut. Wir haben dich bis zum Schluss am Leben gelassen. Ja, ja, ich hab's mitbekommen, genau. Und wenn man eh nicht wieder kann, hab ich genau eins gesehen. Eine Plasma in meiner Fresse. Und dann an Fresser. Und dann noch an Fresser. Und ich bin auch wieder zurück in der Aufnahme. Lesen, wer da ist. Ich interessier's mich nicht. Kappen aber auch keinen Bock zu. Hallo. Ich hab's mit Bock auf Kacken. Nein, die Kack ist nicht Kacken. Wer ist am Kackacken? Boah, jetzt, Leute. Boah, jetzt ne Scheißhaufen. Geil, der sieht nicht. Also, war nur wieder nicht eklatzt. Das hat sie nicht getan. Also, Wann war, ja, was wird heute wieder los? Also, Wann war, ja, vorher hat er Hunger auf Prinzess, jetzt hat er Hunger auf Scheiße. Ich mein, gut, ja, okay. Haare in den Ohren. Wann war, ja, ja, wir sind halt verschieden, ne? Hey, Wann war, wo die Frage, bist du schwanger? Aber, aber, aber ich wollte es doch geheim halten. Oh, Wann war? Dass ich von dir geschwängert wurde. Was? Ähm, äh, ähm, ähm, äh, 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 äh. Ähm, äh, ähm, äh, 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 äh. Das, das, das stimmt nicht. Nein, Mann war. Cyber, dann müssen wir uns ja auf den Namen einigen. hat da er ist mit dem nun also haben wir es sind das ist schwer dass er das wird überhaupt er ist jetzt um wir sind so ein mädchen müssen russisch in der aber auch mehr mann anbieter warte ich bin nicht immer dass es nicht wer hat doch der hat er findet sich immer Vielleicht hat er aber auch einen Lovefinder. Was? Nicht? Ein was? Ein Lovefinder? Ja. Diese Dinger, das sind doch diese Dinger, wenn du diese in der Hand hast und dann hat ein anderer dir in der Hand und du kommst dir nahe, dann piept der und dann hast du deine Liebe gefunden. Ach ja, ist klar. Ich glaube, ich bin der Reaper gerade beim Spaß. Mega bescheuert. Noch dümmer geht's nicht. Wollt sie mehr Geld verlieren? Hier, kauft sie ein Lovefinder. Oh, sie kein Geld mehr? Nee, sie ist ein Lovefinder. Irgendwo ist doch hier einer gekillt worden. Wo denn verdammt nochmal? Au! Ja, aber wer soll denn tot sein? Ich würde ja auch nicht sterben. Na gut. Na los. Der Map kann man so geile Waffenspawnpunkte machen. Äh, ja nee, ist klar. Nein. Oh, jetzt ist aber endlich. Ja, ich glaube, der ist vom Baum gefallen. Ja. Ah, Snee. Oh, Snee. Der Snee, der fällt nicht weit vom Stand. Ja, ne? Ich lege den mal auf die Straße erst dann, weil das ist ja ein Tee. Die schlechten Witze müssen erst mal kommen, ne? Ja, aber eigentlich von mir, ne? Ja, stimmt. So, so, so. Ja, ja. Der Echse ist tot. Ach, der Echse ist tot. Ja, ja gut. Hätte uns eigentlich früher auch fallen müssen. Die Labertasche unterhält ja sonst nicht die Glocke. Stimmt eigentlich. Warte mal nicht an die Labertasche. Das war jetzt ne, war jetzt ne Apfeltasche. Oh ja. Oh ja. Da stimmt mich zu. Na, der Apfeltasche wäre echt geil, Leute. Na, der Apfeltasche wäre echt geil, Leute. Ich will mich jetzt mal an zustimmen. Ich sehe nur den Kopf rumlaufen. Wer läuft da jetzt Kopf rum schon wieder? Ähm. Beim Stroh. Bist du das wann war? Ich glaube nicht. Bist du in der Scheune? Nee, ich bin gerade hier. Ich bin in der Scheune. Ich bin in der Scheune. Ich bin in der Scheune. Ich glaube, das ist das das Rathaus hier. Ich bin nicht gerade irgendwo gesehen rumlaufen. Ich bin nicht allein in der Scheune. Aber hier liegt Stroh. Ich bin in der Scheune. Warum liegt da Stroh rum? Ich habe nur gesehen, nur reingehaut. Ich weiß nicht. Falsche Antwort. Was? Das ist es ja gerade. Ich kann einen laufen. Ah! Ah! Wer ahnt denn, dass da oben einer hockt? Was will er? Oh Gott, mir ist ja... Dir ist... Ich hab's geschafft. Und? Ich hab mich schnell hingelegt auf die Straße. Autsch! Oh, scheiße! Wann waren wir? Wann haben wir noch keinen Namen? Ja, ja. Da war jetzt der Rauch. Mhm. Ähm. Da steht da etwa... Da steht da etwa so. Ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, das habe ich eben auch schon gesehen. Das Klammerzeichen hat wohl nicht so ganz geklappt. Äh? Was ist das? Das ist heute ein Special. Das... 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 Das haben wir Rundeklammer. Und das ist für zweite Dings nicht richtig. Und das ist eine Rundeklammer am Ende, statt einer Ecke. Äh... Ne. Rundeklammer ist eigentlich richtig. Was? Wir haben eine Ecke geklammer beim GSI. Ja, bei den Namen. Ja. Aber wenn ich hier den Server aufmache, habe ich Rundeklammer, dann GSI, äh... Ne. Seey, gehst nicht durch. Ich nutze jetzt die Hapun und kenne dich an derselben Stelle wie du mich eben das. Wollen wir uns zu einigen? Na komm, mach. Ja, ist so nett auf jeden Fall. Ja. Warte, geh du vor. Hallo. Warte, geh du vor. Hallo. Vielleicht bin ich tot. Ah, ne. Seey, geh vor. Komm, wir klettern hier hoch. Warte, wir machen. Ja. Wir klettern hier hoch. Von Biba? Dieter. Bei Dieter finde ich nicht so. Du schaffst von Biba. Ja, komm. Nein. Ja, Dieter. Das ist so, denen gibt man heutzutage, glaube ich, keinen Namen. Warte, warte, warte. Warte, warte. 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 Olaf. Olaf. Ja, Olaf ist gut. Das ist... Das ist ein so guter Mobbing-Name eigentlich, dass der schon wieder nicht mehr gemobbt wird. Hä? Ja. Olaf finde ich gut. Ja. Es wird ein Olaf. Ja, ein Olaf. Leute, hört zu. Es wird ein Olaf. Ach, da. Ich bin aufs Dach oben drauf. Ich bin aufs Dach oben drauf. Ich bin aufs Dach oben drauf. So. Boah. Der Attacke ist weg. Ey, jawoll. Ich bin aufs Dach oben drauf. Ja, ich bin aufs Dach oben drauf. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komm, gleich jetzt. Du auch, du auch, du auch. Nee, freu'n wir nicht. Ah. Alter, ich bin hier auf dem Dach oben. Was der mich hochgeschubst hat. Das war so richtig, äh... Das war echt egal. Das war echt egal. Das war echt egal. Wo bist du denn? Eine ganz andere Seite der Web. Was ist kritisch? Ey, ich bin hier doch hoch. Idyllisch ist das hier. Ey, ich will den Namen machen. Das ist Wanderer unten. Das ist... Na wo? Hallo, Na wo? Ich kann deinen Namen lesen von der Position, wo ich bin. Ob ich mein Kind wohl noch diese Folge kriege? Da kriegen wir... Haben wir sieben Leute. Was ist das? Hahaha. Olaf auch noch. Oh, Mann. Mann. Danke, dass du mir hier hochholfen hast. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ich hab dich auch nicht mit der Haftblumen gebracht. Das mach ich in einer anderen Seite. Alle zur selben Zeit. Okay. Wer will hier mit hochkommen? Kann ich den Headshot geben, ist etwas tief. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, wie gesehen ich. Oh, nächstes Update. Oh, oh. Was? Death Note. Was? Ich hab mich gesniped. Von? Wahrscheinlich gekannt zu haben, Cyborg. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja. Ich töte doch Exel auf die... Ey, wieso? Ich hab so überhaupt nichts gemacht. Ich will aber einfach doch. Ich hab Punkt da drauf. Ah! Oh mein Gott, ey. Tschüss Exel. Ich hab nur 50 Leber, als Cyborg auf mich geschossen hat. Ah, ah. Oh. Ja, frag doch mal Weeper in so einer bestimmten Folge, auf so einer bestimmten Karte, in einer bestimmten letzten Session. Ich bin runtergefallen. Hä? Was? Was? Kann einer jetzt Cyborg zerrehen, oder? Ein leichtes Verfolgen mit der Explosion? Hä? Ich hab kein Verfolgen. Hä? Nee, er ist mir ein bisschen hinterhergelaufen. Hä? Ich krieg dich mal, ich krieg dich vor. Hä? Oh Gott. Cyborg, du bist tot. Ja, ja. Ist er. Ach so. Mause. Ja, das war der Internet Explorer in meinem Hirn. Ja, genau. Wir haben immer Jahre. Ist klar. Mir ist aber schon klar, dass es den Internet Explorer in dem Sinne gar nicht mehr gibt. Das war der Edge. Der ist schneller. Wer ist das denn? Hallo. Hallo. Ach, das ist Echse. Ach guck mal. Ich bin hier auf dem Dach oben. Ist ja nett. Ich bin immer auf dem Dach hier. Stay, wo du mir hochgeholfen hast. Nice. Ja wunderbar. Bleib mal schön nach oben. Ich bin auch gar nicht runter. Wow, wow. Was macht ihr denn? Reaver lebt noch. Nabo lebt noch. Bis auf Cyborg leben alle. Oh nein, ich falle. Ich bin tot. Oh nein. Okay, sie ist echt gestorben. Sie liegt noch im Rauch irgendwo. Ist sie vom Baum gefallen, glaube ich. Komm mal zurück, Wanda und Natsu. Ja. Ah nein. Oh nein. Zeig mal bei Endo. Das heißt, wir haben noch zwei Trader bei vier Leuten. Äh, Snell lebst du noch? Oh, Echse kann immer was erzählen heute. Snell lebst du noch? Wenn ich Snell sehe, töte ich ihn. Waren wir? Ja. Ja, komm. Ey, das sind mir irgendwie ein bisschen zu viele Geraden und große schwere Waffen hier. Ich geh lieber wieder ins Haus. Tschüss. Oh, ich. Nein. Das hat ja geklappt. Das erste Mal in meiner Let's-Player-Karriere. Hm? Wieso? Nicht nach außen auf. Ich hab gesagt zu. Snell. Ich geh jetzt schlafen. Hm, na gut. Achso. Dann kann ich einen Sandman-Kill machen. Sandman? Sandman. Ja, so heißen die auch, glaube ich, ne? Wenn man jemanden mal schlafen tötet. Hm, na gut. Oh, Falscher. Na gut. Falscher? Ne, das war der Falsche. Ach, du bist Snell. Ich nacht. Tee. Was? Ich fand das sehr überzeugend. Ah, Mann. Stimmt, tschüss. Du bist zurückverlangen. Hahaha. Weißt du, wie's mir mit geht? Bei deinem Dead Trigger. Ja, Mann. Wann war das doch dein Friendship, oder? Ja, ja. Das war mein Friendship. Deswegen meine ich ja. Ich hab das erstmal damit jemanden getötet. Ja, Mann. Der war auch nice. Ich dachte mir so, du gehst bestimmt nicht vom Dach runter und dann... Ja. Ich sollte dich auch. Ja, ja. Mir war langweilig. Wenn Stay mich schon noch hoch befördert, dann bleib ich ja auch oben. Stay, würdest du mich wieder mit der Harpune töten? Nein. Zwischenzeitlich hast du das ganze Messer oder sowas gehabt? Nein. Ich hatte nix davon. Okay, gut. Na, ich hätt dich hier nicht umgebracht. Du wolltest mir ja helfen. Was wir ja da hochbehalten. Ich fand das auch der Zeitpunkt, wenn du mich gekauft hast. Ja, Traitor. Ja, wie? Minimal? Glaub ich das, Navoka. Oh, ich will hier wieder hoch. Wann warst du hier wieder mit dem Daphno gekippt? Ey, was ist das hier? Äh, nee. Das müsste schnell gewesen sein. Das weiß. Was? Hier gibt's einen Taurus-Kang? Der hab ich ja noch nie gesehen. Oh Gott. Der hat's zuz. Oh. Den hab ich noch nie gesehen. Nee, ich tue es nicht. Ach so, ich fühle mich alle, Hufe. Ich bin da mal wieder weg. Ich schubse die neue Leiter, okay? Der Reiz ist immer sehr schön. Alter, du hast gerade Sandbar runtergeschubst, das erlaubst du dir. Der Reiz ist sehr schön. Der hat wen runtergeschubst? Na, der hat Sandbar runtergeschubst, der lebt aber nur. Was? Ich bin tot. Weeper, Weeper, Weeper. Die Blutspur führt raus aus dem Turm. Weeper ist, äh, nee. Habt ihr schwingt gesehen, dass du einen Shotgun hast? Dein Ernst? Wirken wie ein Shotgun. Ich find's so cool, er hat wirklich, glaube ich, CLSG. Oh, eine dreckige Leiche. Geht ihm mal nicht waschen. Eine dreckige Leiche? Ja, jetzt schwarz ich dich mal. Ja, dann würd ich mal auf Snale achten, dass der die nicht im Wasser wiederbelebt. Okay, dass es keine Wassergeburt wird. Oh, ja. Taufe, weißt du, wenn du jetzt sagst. Ja, genau. Erstmal Säuber und dann Säuber. Ja, toll. Oh, hier ist eine O. Jetzt kriegst du die Taufe-Exe. Wo? Sie werden getauft im Namen Stradanus, Kadassus, Santa Claus. Was laberst du, Alter? Warte, warte, warte. Er ist so weg. Hier, für die Kirche, die passende Musik. Hier, für die Kirche, die passende Musik. Warte, warte, warte. Warte, warte. Damit sind sie getauft. Oh Gott. Oh, nicht nochmal Internet. Na, noch ist der Ping nicht auf 500. Boah, Alter. Oh, sie sind doch was Schärfele. Oh, Ping ist auf 200. 200, 300 bietet jemand mehr? Alter, lass mich in Ruhe. 400. Ohne Witz. Alter, ohne Witz, scheiß Internet. Ne, schade. Ne, schade. Ich dachte, die Leiche verfolgt. Ich auch. Ey, ich bin confirmt, ja. Ich hab die Treterleiche getauft. Super, klar. Das ist ja super confirm. Das ist auf jeden Fall. Ne. Tötze. 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 Ich glaube, da müsste das Cyro-Bot sein. Welche Richtung machen wir? Von der Stadt aus. Okay, dann ist das Cyro-Bot. Also es ist auf jeden Fall nicht ein Anvoker gewesen, das funktioniert nicht. Es ist ein Cyro-Bot. Ich kann es nicht gewesen sein, Reaper ist... Ich weiß nicht, dass er sich versteckt hat. Er hat sich da versteckt. Ja, ja, durch den Salon. Snail oder Cyber, einer der beiden. Der hat sich auch da hinten versteckt. Da oben hat er sich irgendwo versteckt. Wenn ich tot bin, ist es Snail. Irgendwo da oben ist der Reaper. Kann er in dem Turm-Dings-Bombs sein? Ja, da irgendwo ist er. Oh ja, da ist er, Tatsache. Au, au, au. Ich glaube, er hat mich gesehen. Nein, schon wieder, au, 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 nein, bitte nicht, bitte nicht. Nicht ins Gesicht. Ach wann, das ist die Schüssel? Ja, ähm... Dann ist es Cyber. Dann ist es Cyber, ja. Also ich bin mir da ziemlich sicher, weil... Snail ist auf dem Boden und da kann er nicht über diesen Hügel hier schießen. Boah, alter. Du kannst auf der anderen Seite. Du bist nicht tot? Im Ernst, alter, 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 alter. Ich bin tot, wunderbar. Ich glaube, 5-4-4-4-4-5-10, äh, äh, äh. Er hat einen gewissen... Deckungsvorteil. Was ist das? Ah, Mann. Echse, warum stirbst du eigentlich gleich am Anfang? Weil... Ich hab halt so gedacht, kommen Rebillen und schon keine Shotgun haben, wenn's hier so wenige Waffen gibt. Ich schieße irgendwie mit der Zauhung. Ja, ja. Ich versteh's nicht. Ich geb Headshots ohne Ende und keiner fällt um. Äh, ja, du hattest auch einen schlechten Ping zwischenzeitlich. Doch, einen schlechten Ping meinst du wohl nicht, oder? Ach, ein schlechter Ping, das ist halt so auslegend. Ich dachte, ich bin jetzt hier, weil du mein PC ist normal. Äh, wie viel, äh, wie viel Runden noch? 20. Also 20 ganze Runden noch. Nee, also... 10 Minuten. Ja, ja. Immer auf 17. Ach, wir könnten auch mal so eine Überlenk-Folge, so eine 10-Stunden-Folge machen. Oh ja, ich bitte. Oh Gott, ja. Das hätte was. Also das Rendern, so unter Brüdern, dürfte 30-40 Stunden dauern dann. Das Hochladen von der 20-30 GB-Folge auch nochmal ein bisschen. Auch bei uns auch. Ach, da ist die Extrosive IP und du gemeint hast, Extros, check ich's. Ja. Oh ja, heiße Quellen. Ist grad wirklich hochgegangen, oder? Wie bist du überhaupt nicht so unter da hochgekommen, Cyber? Da kann man hochklettern. Echt? Ja. Warte, ich zeig's dir. Ja, was seid ihr denn? Ich bin hier bei Reaper und bei Vanva unten. Ich weiß auch, wo Reaper und Vanva sind. Komm schon, Freunde. Ach, weil er schon auskannst du's, okay. Ja, warte, ich folg dir. Ey, ich lauf Reaper hinterher, weil... Ich dachte, Reaper weiß was. Snell will mich töten, Snell will mich töten, Snell will mich töten. Ach so, komm, komm, komm. Ach so. Probein hoch, Dach. Dach. Wie bist du hier hoch? Wenn ich tot bin, ist es Snell, Vanva. Ach, hier ist eine Leiter. Was? Ja. Wo bist du denn, das ist eine Leiter? Wenn du über das Dach springen, dann nicht. Na ja, gut. Ah, nice. Vergelegt dein Schatten durch den Stein durch. Ernst? Ja. Schief in Arsch. Ach, komm schon. Hat jetzt grad nicht eben irgendjemand Reaper oder so ausgerufen? Keine Ahnung. Ja, ja, Snell. Ja, ja, Snell. Snell Reaper gerufen. Ist Reaper jetzt Traitor oder so was? Oder was? Ich geh mal davon aus, also wenn Snell nichts mehr sagt. Was? Ich bin noch da. Ja, dann ist, äh, niemand Tee. Ach, niemand ist Tee? Okay, wir sind ja... Niemand, alle sind innocent. Ja. Inno's win. Hey, warte mal. General. Oh, man. Oh, ui. Du hast mich... Was? Axel ist es. Axel ist es. Hi. Hi. Du hast mich gesehen und wandelst dann nicht dabei gelaufen. Äh, ich weiß nicht mehr wo du bist. Oh, ich glaub wir sind zu fett um hier zu zweit lang zu passen. Ich weiß nicht mehr wo du bist. Ne, also tut mir leid. Pilates hilft. Ein Bauum. Pilates. Oh, ein Bauum. Pilates lässt grüßen. Ein Bauum. Der Dinosaurant trägt. Pilates ist die Schwangerschaftsgyplastik. Alles klar. Pilates ist die so zu anstrengend. Oh, man weiß ja nicht. Also ich hab jetzt noch nicht so viele Kinder bekommen, da kann ich noch nicht so aus Erfahrung sprechen. Wo ich sein soll. Fang mal lieber mit Yoga an. Ich glaub das ist besser. Ne, hallo. Kannst du's bitte nochmal dein Grund wiederholen, warum ich sein soll. Okay, seh dich. Du weißt es nicht. Oh, mein Fuß schläft ein. Double Double. Das hat mein Double Double für ein Problem, der legt die durchgehend nach. Was ist denn passiert? Womit wurdest du, wurdest du angeschossen oder? Ne, da musst du die Waffen glaub ich einfach kurz wechseln. Alter. Wann warst du im Tauf? Das sieht geil aus. Wurdest du angeschossen? Ne, oder was? Du hast mich gesehen. Ja, ich hab nicht gesagt, ich hab nicht gesehen. Aber er legt sie dann nicht nach, wenn er die Nachhinein zu ziehen kann. Was ne? Ach, hat aufgehört. War da lebt sie doch. Ja, er läuft hier rum. Was macht die eigentlich schon genug, neule? Nein! Und? Ich glaub, er ist es tot. Ich glaub, oh, ihr habt so eine Person fallen sehen. Wo ist er denn? Das war wieder zu blöd zum Laufen. Alter. Ja! Den Schreib rauf, Mann! Wo könnte die gleiche denn liegen? Irgendwo bannst du Lungen, glaub ich, hinter dahinter, denk ich. Glaub ich. Meinst du? Denk ich, glaub ich. Hab ich vielleicht gedacht mal, wenn ich weiß dann, was die Greta da hat. Vielleicht ist er auch hier oben im Türmschen? Türmschen? Im Türmschen ist er nicht. Im Türmschen? Ah! Ah! Ich kippe meine... ...FPS-Raten nicht viel hart. Alles sehr verdächtig. Hm. Ich bin immer hier limitatet auf 30. Wow! Bin auf kurzum auf 24. Dann bin ich mal auf 13. Dann bin ich mal auf 11. Aber sie kann sich nicht entscheiden, wie wenig er hat wie soll. Oh, hab ich jetzt was kaputt gemacht? Ich bin reingegangen und es hat Knack gemacht. Hab ich jetzt was kaputt gemacht? Hab Knack gemacht. Nee, das war nicht gut, Weeper. Hä, wie seid ihr da hochgekommen? Ich will auf. Ähm, du musst hier über die Dächer, aber ich weiß nicht mehr, wie man runterkommt. Genau so. Was seid ihr da unten vor? Einfach rüber zur Scheune. Oh, das ist Exel, lebt ja noch! Oh! Oder? Ich bin hier nur runtergekommen und hab's auf die andere Seite der Scheune. Da steht er so alleine in der Ecke. Du hast aber so gezielt hier runtergeguckt. Vielleicht hast du ja gerade da und hast du jetzt Target, hm? Nee, nee, nee. Ja, 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 ja. Oh, warte, warte, ich mein gestretched ist blind, ey. Oh! Oh! Oh, schießt auf mich, ey. Das ist doch un. Inno's win. Noll. Ja, das war das Problem. Seid abgelaufen, oder was? Ja. Ah! Das ist die letzte Runde! Hui! Danach! Das sind die Schwangerschaftsblut. Das ist das für den Itemsnake. Ach ja, okay, klar. Äh, okay. Hier, warte, pressen! Pressen! Was? Wir sind jetzt gespawnt. Ach du scheiße, alle in diesem Haus! Ah, ich bin allein bei den Waffen gespawnt! Erzhaft! Ja, das ist sehr cool! Ja, das ist sehr cool! Oh! Oh! Oh, man hat nen Vorteil! Oh, der Rifle! Unser komplett voller Rifle! Ich bin glücklich! Oho! Oho! Ich bin auch bewaffnet! Ohohoho! 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 Und da shoppst du in dem Moment, wo du sagst... Sag mal wenigstens das Target! Ja, ist klar! Ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt! Ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt! Und der hat 100% die Wahrheit gesagt! Und der hat 100% die Wahrheit gesagt! Jaaa! Ich tanze dir immer den Snail! Nimm mal den Augen LSD ein bisschen weniger! Ohohoho! Oh, der Witz! Mann! Du bist nach rechts gelaufen und dann wieder nach links und wieder nach rechts ohne dein Kopf zu bewegen! Jaaa! Vielleicht weiß ich nicht, wo's lang geht! Mein Gottes Willen! Guck mal, wer ist hier in der Nähe! Hier, da hinten ist der Wanwar! Guck mal, er ist so gelaufen! Hallo! So ist er gelaufen! So ohne seine Maus zu bewegen! So ist er gelaufen! Ja gut, das... Das aber finde ich jetzt noch nicht so Snailig! Das ist eher so... Doch ist Snail! Das ist doch nicht so Snailig! Ja, okay! Snail... Ich finde... Snailiger ist eher so laufen! Warte! Also gegen Wände! Warte! Guck mal kurz! Warte! Er ist hier so gelaufen! So! 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 Das ist sehr Snailig! So, so, so! So ist er nämlich gelaufen! Jaja, das ist sehr Snailig! Siehst du! Deutschunterricht! Erste Klasse! Snailig! Snailig! Am Snailigsten! Snailhaft! Snailhaft! Also wenn er so getanzt hat, müssen wir ihn kippen! Oh, oh, oh! Reaper! Oh, oh! Ich bin gleich tot! Oh! Ja, Reaper! Medix! Medix! Die greift nur mich an, wenn die jetzt Reaper nicht angreifen! Vorsicht! Ich renne Reaper hinterher, weil wenn Reaper nicht angreifen ist, Reaper auch! Ne, warte mal! Die, 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 die gehen doch Richtung T's, aber die machen ja einfach nur keinen Schaden! Ja, aber mir, wir sind in die Hauser! Ich hab... Waaah! Also ich bin ganz weit weg davon! Rebacke ich Damage! Okay, Rebacke ich Damage! Waaah! Ich hab überhaupt kein Damage bekommen! Du hast noch nicht geschossen! Ich hab auch nur 16 durch die Scheißdinger! Ich bin froh, den Inno! Oh! Ich glaube, ich sehe sie da hinten bei euch! Ich glaub, ich hab Memo getötet! Oh! Toller Ernst! Oh mein Gott! Achja, letzte Folge könnten wir eigentlich machen! Ja? Fängt mir gerade so auf! Letzte Runde, ja! Letzte Folge! Ja, letzte Folge! Letzte Folge für immer! Die letzte Folge! Für immer! Hebel! Hebel! Oh! Ich verschwinde! Das ist mir irgendwie zu männlich! Zu männhängig! Zu männhängig! Zu männlich! Was ist zu männlich? Ich pass nicht durch die Tür! Nein! Oh ne! Ja, äh, war schön mit euch auf jeden Fall! Und ähm! Einfach zu männlich! Ja, äh! Ich finde! Cyber ist es auf jeden Fall! Und ähm! Gut! Ich sehe hier gerade noch... Snail mit Nuttwack! Ja, da hinten beim Baum! Also... Richtung mein Baum! Nein, ihr kriegt bestehmals! Okay! Das nicht! Eigentlich wollte ich mit Dutwacken-Digel sagen! Ja, das war ich klar! Das sagst du nicht mit Dutwacken-Digel-Digel-Digel-Digel-Digel-Digel-Digel-Digel! Dann bin ich mit Dutwacken-Digel-Digel-Digel-Digel-Digel-Digel! No, das stand. Alle.